Wenn du einen durchtrainierten Bauch haben möchtest, musst du vor allem den geraden Bauchmuskel Rectus Abdominus, aber auch die seitlichen Bauchmuskeln Oblicus Internus, Oblicus Externus und Transversus Abdominus trainieren. Lass mich dir zeigen, wie das geht. Crunches mit Fokus auf den oberen Teil des Rectus Abdominus, Hände dabei an den Kopf, den Bauch gefühlt einrollen nach oben und unten den geraden Bauchmuskel schön dehnen. Beine heben mit Fokus auf den unteren Teil des Rectus Abdominus, Beine dabei nicht zu weit nach vorne mit etwas Schwung nach oben, aber versuchen langsam runter zu gehen. Russian Twist für die gesamte seitliche Bauchmuskulatur, Oberkörper dabei leicht einrunden und schön nach hinten lehnen.